Jetzt geht's! Ja, gut, das geht, wir wissen's! Alles klar! Alles klar! Jetzt können wir den Toolboxen haben wir gebraucht! Mh, nein! Wunder, Vieh! Muss ich locken weg? Kommt, los rein da einer! Habt das? Ja, jetzt haben wir! Schon lange! Dann gehen wir doch links hoch, was? Bist du Moses? Das können jetzt natürlich welche sein, ne? Mhm Wir sind ja gerade eben beim Schlachthaus gestartet und dadurch, dass die letzten Spiele immer das gleiche, ein anderes Team da war Deswegen bin ich die ganze Zeit am Zaun so ein bisschen lang gekrochen, weil ich dachte, na, kommt da gleich wieder was? Naja Manchmal ist es doch schlimm, da sind sie quasi direkt neben dir Ja Manchmal findest du keinen Nein Mein Gott, warum ich den Windhund nicht mitgenommen Ach Da freu mich auch jedes Mal Da haben wir diese Ausdauer-Probleme Ähm, kommt einer runter, da würde ich ihn weglocken Hm Der ist auch noch da, der ist auch noch da Warte doch, warte doch Hier soll noch einer Aber der Kripp kommt da, er kommt, er kommt Na Jetzt gerade ungern da ran Jetzt So, haben wir Okay So, Box Immer noch so ein Egel Oh, ich geh mal kurz wieder rein Das war mir zu nah Wo kommt das her? Irgendwo Da in die Richtung Ah gut, vielleicht bei der Mühle, ne Manchmal Manchmal hört sich das ja bloß nah an Die bühnen sich in Kaul mit Ausstattung Ach, das Single-Boss Hab ich noch gar nicht gesehen Schön, dass wir ihn nicht legen Schön, dass wir ihn nicht legen Ja Und so weit wie der weg ist, sind wir auch nicht die Ersten, die da ankommen Nee Aber Es wird immer noch Da hinten gefeuert Nicht, dass wir vor denen da ankommen Ohhhhh Also ich hab jetzt meine beiden Echsen, ne Schön vorbeibogen Schön vorbeibogen Ich finde, ich finde keine wieder Eine Ne Ne, hier unten weg Ne, jetzt auch Da gibt's einen Trait für Ja Ja, stimmt Hab ich noch nie genutzt Ne Mich hat das irgendwann so genervt, auch mit den Pfeilen und so Ja Und dann Ja Hab ich's eigentlich dann immer mitgenommen Ja Ja Man sucht trotzdem lange Es geht aber nur bis 5 cm oder so, ne Das kann sein, ja Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf So, sind wir jetzt noch da oder weiter gezogen? Ja Wir wollen's da raus hin Ach, der hat mich einfach angezündet Also Hehehe, ladern kann Ja, das ist ein Achtung an Ruhig, ruhig Ein Sektier Ich Frauen Zumindest eine hatte da Ja, nicht Alter Der ver- scheiß-Munition, Junge Hit Auch down Lass den unten machen Ne, der ist ja schon down Hab wir beide weg Was wird da noch einer? Was ist das heute? Vielleicht Habt ihr drei gesehen oder gehört? Ne, ich hab nur zwei gesehen Ich auch Tell mich erstmal Und die sind weg Die dir zuerst guten Mh 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 Blöden Viecher Wir haben auf jeden Fall noch zu tun da wäre natürlich jetzt gleich ein versorgungswagen oder boot kann natürlich auch sein dass da irgendjemand hinguckt ein blutchen hier war auch noch keiner das sind jetzt viele ich bleibe auf jeden fall abstand schöner häuser kampf ich komme zwei haben wir schon wenn ihr seht auf jeden fall pingen ja wobei wenn die mich zuerst sehen renne ich das kannst du machen genehmigt wer ist runtergefallen ich brauch das ich stolpere nur um meine fallen nicht weit weg von mir höre ich jemanden schleichen frage ob der da drin ist oder da drin ist okay ich sehe nichts irgendwo einer in der hütte wenn der da also mal rechts im wald gehen na gut das konnte man jetzt gut hören da bei euch vielleicht guckt da ja gleich mal einer musste sein ja macht ja nichts solange sie euch da hinten erwarten und mich nicht hier vorne ja da läuft da noch eine schwarze also schwarz gekleidet die priesterin ich weiß auch nicht wie die heißen ich weiß nicht von wo aber es muss das bounty team gewesen sein die sitzen ja irgendwo da okay noch irgendjemand da ist das natürlich schlecht da hört jetzt jemand schon fünf sekunden da ist das neu die sind jetzt auf zwei teams aufgeteilt oder hat nur einer du hast halt nur kurz Zeit, dann siehst du kurz und dann sind sie schon mal hinterm Baum und hinterm Felsen zwischen den Sniper nicht so gut aber der eine ist ja schon relativ weit links der andere hat irgendwie Regelungsluster an einer Ecke mh da hinten, darf Action mh hat er denn sicher, dass rechts auch noch irgendjemand ist? rechte ich kann, ich sehe einen ab, down boah da doch soweit, okay mh ich habe jetzt hier noch jemanden laufen gehört mh eigentlich stehe ich hier scheiße aber bewegen mag ich mich auch nicht auf Holz gerade oh ne, Holz ist immer schwierig ja es geht noch ohne Lightfoot, auf jeden Fall fehlt die Schwarze noch also ihr wisst, was ich meine mh ok ok ich höre wieder was in die Richtung 1 4 mindestens 2 vielleicht vielleicht wollen sie ihren Kumpel wiederholen na die kommen hier, hier nach vorne ja die Waffe sehe ich schon mal ja ja, ich wollte gerade sagen, da kommt jetzt so scheiß Säbel die die Schwarze die Schwarze, genau Ave Maria heißt sie genau sowas ja 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 vielleicht könnte ich jetzt rangehen aber da liege ich doch bestimmt gleich ich sehe natürlich nichts kein fenster scheiße das ist noch schön rechts nach links von dir ich glaube ich komme aber auch nicht voll geheilt wieder also du hast in der Bündigung nicht ach ja stimmt stimmt warte ich müsste anders irgendwo hier hinten rumkrauchen hinter mir aber ist man damit auch wieder geheilt oder ist nur der Balken nicht weg du hast keinen Balken und bis da kommt es doch auch Feuer halt wieder halt geh du mal in eine schöne Stellung ich renne jetzt mal zu Dronitas und gucken ob ich da irgendwas reißen kann also sie scheint ja noch zu liegen da ist immer noch die ja da liegt sie doch ist doch noch gestorben haha sind kommen sind das ja ja also die andere da das die mit in den Säbel ja genau aber wo ist der zweite ach wir machen wir die finde ich nicht die zweite die war doch gerade hier oder nicht ansonsten hier habe ich sie gelegt hier habe ich sie gelegt die Bounty müsste hier noch irgendwo sein ne die Bounty haben sie die zweite haben sie glaube ich gar nicht mit ne deswegen sag ich die müsste hier noch irgendwo sein ja die die ist doch da hinten irgendwo da hinten ok warum machen wir sie die nicht mitgenommen haben weil die bewegt sich ja nicht die wird ja auch down sein nehm ich mal an die liegt bei mir merkwürdig aber wodurch ist denn jetzt gestorben oder ist sie doch noch umgekippt die ist eigentlich umgekippt ich meine das ist eigentlich geblutet ne auf ihm bluten bitte weil ich hab keine Ahnung ja schön ach Junge läuft doch heute läuft aber warte nicht hin den muss schon dann kann ich nur bluten oh mein der muss ungeruch gewesen sein ungeruch weggebeamt Ja, das war einer von den beiden War es wahrscheinlich der andere von denen, ich weiß es nicht Gut, dann können wir abhauen Nicht nach der Arm Wir gehen hier hinten Ich hab die gar nicht sterben hier rum Ich auch nicht, deswegen Und ich dachte, die wäre zurückgegangen, aber die scheint zurückgefallen zu sein Na, die Tränen sind jetzt egal, ne? Die Tränen sind egal, denke ich auch Sind ja, glaube ich, eh drei Teams down Können natürlich noch irgendwo solo rumhocken, aber Das ist etwas dabei, ne? Vielleicht sind es noch drei Solos In einem Spiel da vor zwei, drei Wochen wäre ich fast verrückt geworden Als Dreierteam gegen sechs Solos Das war schon Unerwartet Vor allem, dass einfach jeder wieder aufsteht Ja, wir sind bloß da auch irre irgendwann Ja Aber immerhin haben wir da elf Kills geholt Neun davon von mir Das ist gut Ja, aber bei Solos nicht so schwer, ne? Wenn man die immer gleich wieder wegknallt, wenn sie aufstehen Stimmt Außer geil, Kill ist Kill Das stimmt Ich finde, seitdem sie den Nekromanen-Skill haben, ne? Da siehst du sie sehr oft Ja Ja So Ich hole mich für den Kaffee, gleich wieder da Das arme Pferde Ja 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 Was? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018